Hallo, hallo, ihr fanatischen Anhänger chinesischer Smartwatch-Kunst. Ich habe wieder meine China-Smartwatch für euch, werdet ihr das gedacht? Und zwar eine von DIGRO. Oh, das ist die verkehrte. Das war ja ein komplett anderer Hersteller, ein komplett anderes Modell. Das ist die richtige. Jetzt muss ich mich gerade ein bisschen selbst feiern. Ich habe ja schon länger die Vermutung, dass die Teile eh alle aus allen und der gleichen Fabrik kommen und dann unter verschiedenen Markennamen vertrieben werden. Ich habe nicht schlecht geguckt, als ich die bekomme und dann dachte ich mir, die kommt ja irgendwie bekannt vor. Ich meine, klar, die Verpackungen, die haben ein bisschen anderes Bild und auch die Daten auf der Rückseite, die sind unterschiedlich, aber auf beiden Verpackungen steht halt nur Smartwatch drauf. Wir haben hier keinen Hersteller, wir haben hier keine Typenbezeichnungen, hier noch Gala. Aber es ist so ziemlich eindeutig, dass zumindest die Verpackungen aus der gleichen Fabrik kommen. Es ist halt nur die Frage, ob auch die Uhr. Also da einen Lieblings chinesischen Hersteller zu haben, das ist glaube ich so ein bisschen Traumtänzerei. Wie bei uns in Deutschland mit dem Kaffee. Es gibt tausend verschiedene Sorten, aber dann kommen sie doch alle aus der gleichen Mühle. Das Chibo. Im Großen und Ganzen ist es aber egal, wir wissen nur eins, das Teil gibt es für 30 Euro oder drunter. Ich versuche euch da die besten Kauflings wieder in die Videobeschreibung zu verlinken, damit ihr das dann auch günstig irgendwo herbekommt. Und das ist ein Preispresher 2017, sage ich euch. Also das ist die Dicro LF06 und die kann so einiges. Wir haben ein Metallgehäuse. Wir haben im Inneren ein MTK 2502A, gut, das ist fast immer dabei. Ein HD-Screen, ein 1,54 Zoll großes Display, das mit 240x240 Pixeln auflöst. Bluetooth 4.0, 360 mAh Akku, Internspeicher 128 MB plus 32. Die 32 sind wahrscheinlich der Arbeitsspeicher, selbst eine Kamera ist dabei. Gut, die löst nur mit 0,3 Megapixel auf. Wofür braucht man auch eine Uhr mit Kamera? Das ist sowieso fragwürdig. IP53, Staub- und Spritzwasser geschützt ist er auch noch. Und das Ganze mit einem schmucken Lederarmband, insgesamt ist es dann auch nur 62 Gramm leicht. Okay, genug der technischen und wirtschaftlichen Details. Das ist ja immerhin ein Unboxing und deshalb wollen wir das Ganze jetzt auch, naja, halt unboxen. So, das Ganze ist so buchmäßig gehalten. Aufklappen und da ist da nichts drin. Noch eine Gebrauchshinweise. Eine Display-Schutzfolie. Und das Ladekabel in Form eines Micro-USB-Kabels. Ein Ladegerät, also das Netzgerät ist nicht dabei. Das ist bei den Uhren aber auch, naja, praktisch immer so. Ich habe es bisher noch nicht anders gehabt. Wir nehmen einfach das Ladegerät von unseren Smartphones oder vom Tablet. Das spielt keine Rolle. Ist alles 5 Volt. Und dank des Micro-USB-Kabels, was wir aber auch in der Regel noch zu Hause rumliegen haben, können wir die Uhr dann halt auch damit laden. Ja. Auch das Unboxing, ich konnte es nicht abwarten. Ich habe mir das Teil schon umgeschneidt und habe es schon seit einem Tag in Benutzung. Weil ich habe mir die Random eigentlich auch steigert. Einfach nur als Dicro bei Ebay von Privat. Und dachte, weil nämlich die Produktbezeichnung gefehlt hat, dass ich jetzt hier ein Riesen-Schnäppchen mache. Denn so rein vom Foto hatte ich die Uhr auf 50 bis 70 Euro geschätzt. Ich kenne ja Dicro bzw. Lempho schon. Hat da aber auch schon eine Uhr von gehabt. Und ja, habe dann erst über die Information hier unter Einstellungen rausgekriegt, dass es die LF06 ist. Habe es so kurz nachgeguckt und festgestellt, das war kein Schnäppchen. Ich habe sie eigentlich fast voll bezahlt. Aber guckt es euch an. Man hat in dem Preisbereich beispielsweise nie ein Lederarmband. Man hat immer, was heißt nie, ist übertrieben, aber eigentlich eher selten, man hat in der Regel halt das Silikon, dieses dicke Silikonarmband, was immer so total steif ist und sich dann in die Haut drückt und da Druckstellen hinterlässt. Zumindest, wenn man sie etwas straffer zusammendingst. Und das haben wir ja bei den Leder nicht. Außerdem sieht das auch noch sehr schmuck aus. Zieht es euch mal rein. Ich habe Fotos gemacht, die werde ich bei Instagram hochladen. Da könnt ihr euch die Uhr, das war ja schon fast erotisch, das Shooting, da könnt ihr euch die Uhr mich noch mal im Detail anschauen. Die ist wirklich sehr, sehr schmuck. Von der Dicke her, von der Stärke her geht es schon klar. Von oben sieht man erst mal nur das Metallgehäuse, lediglich die Rückseite ist dann aus Plastik, aber die sieht man ja ohnehin nicht, was das hier ist. Das weiß ich noch nicht. Denn ein Hardware-Monitor hat es eigentlich nicht. Sieht aber aus wie ein Sensor. Wir sehen hier schön, dass das Gehäuse verschraubt ist. Das ist sehr praktisch, damit halt Wasser und Staub nicht in das Gehäuse gelangt. Klingt jetzt erst mal ein bisschen banal, aber ich habe oft schon, gerade weil Smartwatches das Problem gehabt, dass dann irgendwann Staubpartikel unter dem Display sind oder unter der Kamera. Ja, eine Kamera gibt es auch. Ist hier versteckt in diesen physischen Button, der keiner ist. Der einzige physische Button befindet sich direkt daneben und aktiviert oder deaktiviert die Uhr. Wir haben aber auch eine Gestensteuerung. Habt ihr vielleicht schon gesehen, dass die ganze Zeit an und aus geht. Das heißt, wenn wir die am Armgelenk umgeschneidt haben und zu uns hindrehen, was man ja so macht, wenn man auf die Uhr gucken will, aktiviert sich das Display und wir können die Uhrzeit ablesen. Wenn wir drückt halten, können wir hier auch gleich Watch Faces auswählen, aber es gibt hier nur drei. Ich habe bisher auch noch nicht herausgefunden, wie man die Software irgendwie dann auch Watch Faces übertragen kann. Ich würde mal vermuten, dass das nicht geht. Auch Updates gibt es ja hier leider nicht. Aber ich meine, man benutzt in der Praxis ja auch nur eine... Also ich meine, wenn man sich jetzt eine analoge Uhr kauft, beim Uhrmacher hat die auch nur ein Watch Faces. Doof ist natürlich, wenn einem hier keines davon gefällt. Aber ich finde das ja eigentlich ziemlich ansprechend. Eine Mischung aus analoger und digitaler Uhr. Wir haben außerdem dann hier noch eine Datumsanzeige und eine Monatsanzeige ist schon okay. So, wenn wir das dann wegwischen, dann kommen wir hier... Eigentlich müsste es noch eine Schnelleinstellung geben. Ne, die Software ist ja in der Regel bei den China-Smartwatches immer die gleiche. Aber wir kommen ja immer nur in das Menü. Aber das ist eigentlich vollkommen okay. Ja, und da haben wir dann immer nur zwei zur Auswahl, wie wir das eigentlich gewöhnt sind. Ich habe jetzt, glaube ich, Theme 1. Ne, Quatsch, 2 und 1 bringen uns noch diesen hässlichen Hintergrund hier. Theme 2 ist am kreativsten. Nichts. Einstellungsmenü und da hatte ich dann ja gesagt vorhin hier unten Info. Da finden wir dann hier den Gerätenamen. Und dann noch ein paar anderen Quatsch. So. Mehrsprachige, Lautstärke, wie sind halt Standard-Einstellungen drin? Ich habe es auch schon verbunden mit meiner Smartwatch. Das funktioniert soweit auch einwandfrei. Das Display hier, hatten wir vorhin gesagt, das ist ein HD-Screen. Und wenn wir da näher rangehen, da sehen wir, das ist schon wirklich ziemlich scharf. Wir haben hier eine ziemlich kleine Schrift und das ist alles top lesbar. Ja, das fixet hier gar nichts. Mit, Mist. Verdammte Axt, jetzt habe ich diese Gestensteuerung und kommt mir gerade ein bisschen hinten rum. Und wenn wir hier uns die Blickwinkel dann anschauen, was jetzt ein bisschen doof ist, wegen der Gestensteuerung. Ja, da sehen wir doch, wir haben ja ganz fantastische Blickwinkel. Wir können das uns von allen Seiten anschauen. Es ist ganz offenkundig ein IPS-Screen. Ja, fantastisch. Farbwiedergabe, Auflösung und die Blickwinkel sind hier also top. Für 30 Euro kriegen wir ja ein astreines Display. Und was ich zum Beispiel bei meiner Z-Blaze, ah ne, gut sind andere Hersteller, aber was ich zumindest bei höherpreisigen Uhren schon als Problem hatte, dass das Display sehr träge ist, haben wir hier nicht. Das regiert eigentlich ziemlich einwandfrei. Seht ihr, es ruckelt auch nicht. Also ist die Leistung des MediaTek-CPUs hier offensichtlich vollkommen ausreichend. Seht ihr, die Übergänge sind ziemlich ruckelfrei, leckfrei, perfekt externe Benachrichtigung. Seht ihr schon, man kann das Gerät mit seiner Smartwatch verbinden und bekommt dann beispielsweise WhatsApp-Nachrichten direkt auf sein Display gepusht. Dank der hohen Auflösung kann man das dann auch astrein lesen, auch größere Textinhalte. Es ist ja so, dass je geringer die Auflösung ist, desto schneller verpixelt das. Also kann man die Buchstaben nicht so klein machen. Das ist aber hier nicht das Problem. Und je größer die Buchstaben, je weniger Informationen. Könnte man jetzt auch noch über unsere Uhr praktisch rauswählen, aber naja, Telefonbuch, das ist dann alles ein bisschen stressig, weil es ja so klein ist. Aber hier zum Beispiel mal Anrufprotokolle checken, das finde ich schon sinnvoller. Sowas wie mein Gerät finden nutze ich jetzt nicht unbedingt. Mal ein bisschen dunkler hier, damit wir mal Kontraste erstellen können. Der Kalender hier ist nur zur Übersicht. Alarm. Gut, haben wir uns mal einen kurzen Überblick verschafft. Ich mache ja noch ein Review dann über das Ganze hier, nachdem ich die jetzt ein paar Tage dann mal verwendet habe. Wir wollen ja noch ein paar Sachen rausfinden, wie zum Beispiel, wie lange hält der Akku, wie zuflüssig ist die Bluetooth-Verbindung oder der Lautsprecher. Der müsste hier auch irgendwo sein. Eine Smartwatch hat normalerweise immer einen. Ach, der ist der ist ja mal ungünstig platziert. Ich meine, das ist ja genau die Stelle, die auf der Haut aufliegt. Naja, wollen wir mal gucken, wie es sich jetzt in der Praxis verhält. Das Armband auf jeden Fall sieht ziemlich geil aus und ist bisher auch sehr bequem. Mein erster Eindruck von dieser Uhr ist China-Knaller 2017 im Bereich Smartwatches. Ich weiß echt nicht, wie man das noch toppen soll. Denn für 30 Euro bekommen wir hier eine Uhr, die absolut geil designt ist. Ja, dieses Stahlgehäuse poliert. Ja, bis zum geht nicht mehr. Ja, dann auch noch ein Armband. Eben mal nicht aus Silikon, sondern aus dem wesentlich weicheren Leder, was auch viel ansprechender aussieht. Dann ist die Verarbeitung absolut top, dass wir hier auch noch IP53 haben, hier eine verschraubte Rückseite. und der kapazitive Quatsch, der physische Button hier auch einen perfekten Druckpunkt. Sieht auch richtig geil aus, auch aus Metall wie der Rest vom Gehäuse. Schön polierter Screen. Eine Schutzfolie ist bereits vorinstalliert. Der Screen selber auch geil. Es läuft alles ziemlich flüssig, ziemlich performant. Also, ich weiß nicht, wie das Review jetzt hier und meinen ersten Eindruck noch trüben kann. Aber ich finde es so geil. Ich konnte es gar nicht erwarten, wirklich. Ich habe die jetzt schon umgeschnallt. 1657. Dürfte sogar stimmen. Oder, was sagt mein Krüppeltablet? Hm, nee, stimmt nicht. Dann gucken, warum die Zeit nicht korrekt synchronisiert ist. Macht es normalerweise nach der Bluetooth-Verbindung. Okay. Nun, dann danke ich euch für's Zuschauen. Ich werde die Uhr, die Kaufling, schon mal mit in die Videobeschreibung packen. Für diejenigen, die es nicht erwarten können, für 30 Euro, kann man hier wirklich nicht viel verkehrt machen. Ist noch ein geiles Teil zum Verschenken. Wer denkt sich, der Beschenkte, oh mein Gott, da hat sie jetzt süß Geld ausgegeben und so. Und dabei war es ein 30 Euro Schnäppchen. gut. Ich danke euch nochmal für's Zuschauen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben. Das schützt mich auf Patreon oder über Paypal. Schaut auch mal bei meinem Twitter und Instagram-Profil vorbei. Vor allem bei Instagram, weil ich da nämlich noch die richtig edle Fotos hochladen werde. So ein Shooting und so ein hübschen Ding. Macht schon Spaß. Okay. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Höchst wahrscheinlich ein Unboxing oder ein Review auf jeden Fall von China Technik. Bis dahin. Ciao.